Fantastisch! Was heißt das überhaupt? Kein Klan auf dieser Welt wird unbesiegbar sein. Selbst wenn vielleicht ein Klan noch keinen einzigen Klanwurf verloren hat, heißt das ja nicht, dass er auch unbesiegbar ist. Und das ist ja im Grunde mehr oder weniger einfach eine Einstellungssache. Das ist im Grunde eine Einstellungssache, wir gucken uns mal unseren gegnerischen Klan an. Wir haben einen Klankrieg gewonnen, der gegnerische Klan hat 81 gewonnen. Das sind Chinesen und sie sind sehr stark, muss man sagen. Aber es gibt natürlich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, wir kuschen jetzt schon sofort, also wir ziehen sofort schon den Schwanz ein im übertragenen Sinne. Und ja, sagen jetzt sofort, die können wir eh nicht schlagen und die sind viel zu stark und hast du nicht gesehen. Oder Möglichkeit zwei, man gibt einfach sein Bestes und sagt, ja warum sollten wir uns jetzt vor dem Gegner verstecken? Wir haben natürlich eine gute Chance ihn zu besiegen und ich denke mal das ist auch so. Man sollte einfach von vornherein seine Chancen schon nutzen. Das ist nämlich genau das und vor allem sich nicht gegenseitig runter machen. Das ist genau das, was eigentlich mit meinem anderen Klan momentan passiert. Dass da nämlich auch einfach wieder immer diese Diskussionen losgehen hinsichtlich der Angriffsstrategien und so weiter. Wir sollten jetzt Rathos Achter unbedingt mit Go Wipe angreifen oder mit Go Wee Wee und so weiter und so fort. Ja, da sollte man natürlich auch als Clan einfach an einem Strang ziehen, denn man gewinnt und verliert natürlich immer nur zusammen als Clan und ein einzelner kann da natürlich auch wenig ausrichten. Ist ja auch klar. So, hier sehen wir übrigens jetzt gerade die Nummer 6, die ich gerne angreifen würde im Kleinkrieg. Warum? Warum möchte ich ihn angreifen? Ich bin die Nummer 5. Er hat die Infernus auf Single. Was natürlich für mich... Und sie stehen sehr nah zusammen. Sie stehen sehr nah zusammen. Das heißt, ich kann sowohl die... Ich könnte sogar die Königin, den Turm und den Turm könnte ich mit einem Freize mal eben locker freezen. Äh, was natürlich sehr gut ist. Er hat 1, 2, 3 Mauern bis zum... Bis zum Rathaus. Ja, mit Go Wee Wee rechne ich mir da doch einige Chancen aus. Ich nehme aber vielleicht auch noch einen Pekka mit zur Vorsicht. Würde ich mir ganz gute Chancen ausrechnen. Ich habe auch schon einmal einen kleinen Fun-Go Wee Wee Testangriff gemacht auf einen Gegner. Den möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ich will aber nicht spoilern. Deswegen werde ich mal meinen kleinen Cut machen. So. Das ist der Gegner. G-K-O-W-2-2. Und ähm... Ja, es ist eine schlechte Base. Ich weiß. Er hat die... Die X-Bögen noch nicht so hoch. Also noch gar nicht hoch. Er hat die Infernus noch auf 1. Ähm... Die anderen Sachen sind auch noch nicht so gut. Allerdings... Da dachte ich mir... Komm, probier's einfach mal aus. Ich hatte jetzt wirklich einfach mal nur so... Mehr oder weniger so eine Rumpfarmee. Weil ich einfach noch den Boost drin hatte in meiner dunklen Kaserne. Und dann nicht... Ja, ich wollte nicht noch den... Den Boost verschwenden. Habe 2 Wut-Zauber. Einen Blitz-Zauber. Einen Sprung-Zauber. Und... Einen... Ähm... Frost-Zauber. Und... Und 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 und. Und jetzt kommt's... 8 Hexen. 3 Golems. 1 Lakai. Keine Ahnung, wie der da reinkommt. Äh... 11 Magier. Und 4 Mauerbrecher. So. Clanburg. Zu 99,9% leer. Bin ich mir ziemlich sicher, dass die leer ist. So. Also... Was hab ich gemacht? Hab die Golems gesetzt. Und jetzt kommen die Magier hinterher. Ein bisschen... Ja, das ist auch so leicht. Ich hätte sie vielleicht nicht so in dem... In diesem Bogen setzen können. Aber das war dann auch egal. So Wut-Zauber gesetzt. Magier laufen rein. Golems laufen rein. Jetzt kommen dann die Mauerbrecher. Die Mauerbrecher machen's kaputt. Konnte ich schön... Drei Sachen auf einmal freezen. Das war echt nicht schlecht. Die Königin... Konnte ich freezen. Die Königin ist dadurch jetzt... Da hat man's gesehen. Ich konnte drei Sachen freezen. Die Königin ist dadurch quasi sofort schon jetzt kaputt gegangen. Ja. Der... Der Single Inferno geht schön auf meine Golems drauf. Und wurde dann richtig schön... Von... Meinen... Magiern kaputt gemacht. Jetzt kommen da die ganzen... Jetzt kommen da die ganzen Hexen. Da gehen sogar einige noch außen rum. Aber das ist auch in diesem Fall gar nicht mal so schlimm. Wenn die sich ein bisschen verteilen. So in der Mitte... Ist ja jetzt zwar der Inferno noch da. Kümmert sich jetzt... Hat sich jetzt auch um meinen Magier gekümmert. Allerdings... Jetzt sind die... Sind die Golems noch da? Jetzt geht der Inferno schön auf meine Golems drauf. Ist mir total egal. Wenn er das macht. Das macht überhaupt nichts. Hier sind noch Hexen. Die Hexen dringen jetzt gleich auch in die Mitte rein. Zusammen mit dem Magier. So. Die Hexe ist tot an der Seite. Aber jetzt habe ich ja noch die anderen Hexen, die da hinterher kommen. Habe jetzt auch schon zwei Sterne. So. König an der Seite gezündet. Den gibt's auch noch. Und jetzt gehen die ganzen Skelette in die Mitte. Und ja. Das ist das Geile, ne? Das ist genau das. Das ist genau das, was du willst gegen Single Infernos. Der Single Inferno kann sich nur auf ein Ziel konzentrieren. Wie der Name ja schon sagt. Er kann sich jetzt nur... Er kann sich jetzt zwar... Okay. Zusammen mit dem Magier-Turm. Da sind's ein paar mehr Ziele. Aber der Single Inferno konzentriert sich dann halt nur auf ein Skelett. Und in der Zeit sind die ganzen Hexen dahinter. Und können ihn dann locker mal eben ausschalten. Und alles andere natürlich auch. Genau so hier. Zack. Turm kaputt. Jetzt noch die Kanone mal eben schnell mit den Skeletten. Die Skelette sind echt schon ziemlich mächtig. Auch wenn die Hexen selber natürlich kaum Schaden austeilen. Und natürlich auch kaum Schaden einstecken können. Aber ja. Laufen sie jetzt noch schön da unten rum. Und machen jetzt noch den Rest kaputt. Dann war's im Grunde auch jetzt im Grunde easy peasy Angriff. Wir sehen es. 94%. Relativ viel habe ich noch übrig. Auch wenn der Angriff so eigentlich nicht perfekt war. Und auch natürlich von der Truppenkombination nicht perfekt war. Weil es einfach nicht die normale Aufstellung ist von Go We Be. War ich doch ganz zufrieden. Das ist ja so als kleines Warm-up für den Kleinkrieg. Finde ich ist es okay. Ist es auf jeden Fall okay. Jetzt muss ich mal gucken ob hier irgendwer noch einen. Hatte doch eben irgendwann noch einen Angriff. Genau. Von Tenta. Den Tenta Angriff wollte ich noch zeigen. Eigentlich mal ein bisschen gut. Und Austin the Best. Ja. Wunde wieder. Ihr kennt es standardmäßig. So sieht es bei Marble in der Base glaube ich momentan auch aus. Ich habe gehört er würde auch nicht mehr ganz so oft seine Minensammler lernen. Aber morgen. Morgen gibt es eine Challenge gegen Marble. Oder mit Marble. Das weiß ich noch nicht genau. Wir haben ja im Livestream euch gefragt. Leute. Nennt uns mal ein paar Challenges. Und wir haben so viele Ideen gesammelt. Wo ist denn mein Zettel? Wo ist denn mein Zettel? Äh. Ich habe die mal alle aufgeschrieben. In meiner. Guckt mal. So eine Schrift habe ich. So eine Schrift habe ich. Ist das geil? Ist das geil? Die habe ich alle aufgeschrieben. Gestern im Livestream. Und ja. Weil ihr ja so fleißig Ideen da hinzugesteuert habt. Haben wir jetzt bestimmt noch Challenges für die nächsten 80 Millionen Wochen. Und ja. Da wollen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir da noch was cooles machen. Und jetzt will ich mal eben sagen. Ich warte jetzt mal eben schnell bis die Truppen ausgebildet sind. Es kann ja nicht mehr so lange dauern eigentlich. Ja. Aber ich habe noch ein paar Riesen noch. Wie viele habe ich denn überhaupt? Acht Riesen. Vier Mauerbrecher. 66. 32. Bogenschützen. 32. Barbaren. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ein paar mehr Riesen können ja auch nicht schaden. Mit ein paar mehr Mauerbrechern kann man vielleicht auch mal etwas in Richtung der Lager gehen, wenn die ein bisschen weiter drin sind. Deswegen würde ich sagen, ich werde mal eben die Fallen reaktivieren. Mache dann einen winzig kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So. Ich glaube, ich habe hier immer einen gefunden, wo ich denke, ich könnte die Taktik einfach mal probieren. Ich habe jetzt wirklich 10 von den Riesen dabei. Muss man eben gucken, von welcher Seite es am meisten Sinn macht, meine... die Klanburg rauszulocken. Mal gucken, dass wir da mal eben noch kurz... Die Mauerbrecher haben funktioniert. Aber es kommt noch gar nichts aus der Klanburg raus, ne? Egal, wenn die Klanburg kommt, blitze ich sie sowieso, dann ist egal. Dann macht das auch keinen Unterschied, ob ich die dann rauslocke oder nicht. Ah, da kommen sie nämlich. So. Jetzt alle versammeln, bitte. Ich habe gar nicht alle erwischt. Ich habe gar nicht alle erwischt. Es sind noch einige übrig. Und das ist jetzt auch egal. Ich bin nämlich gleich schon in der Mitte drin. Ich muss echt... Das ist echt... Kommentieren und gleichzeitig... Kommentieren und gleichzeitig spielen. Das ist echt gar nicht mal so einfach. So. Turm kaputt. Ja, schön. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich in der Klanburg drin habe. Das ist auch wieder so einer... Im Grunde einer der Anfängerfehler, die man nicht machen sollte, ne? Angreifen, ohne zu wissen, was in der Klanburg drin ist. So. Die können wir jetzt zumindest schon mal etwas weiter verteilen. Unsere Bogenschützen. Ah, der hat vor allem zwei Luftabwehr im Ausbau. Und ich habe nichts... Ich habe nichts an Luftabwehr. Ach stimmt, ich hatte ja noch Barbaren und Bogenschützen drin. Und Magier. Ja, top. So. Jetzt sind wir gleich schon in der... Im Grunde sind wir jetzt schon in der Mitte drin. Jetzt fehlt natürlich noch das dunkle Elixir. Jetzt fehlen noch zwei große Lager und noch ein kleines Lager. Deswegen würde ich sagen, wir schicken jetzt mal den König hinterher. Ja. Ja. Klanburg jetzt gleich kaputt. Und von hier hinten werde ich jetzt auch noch mal ein paar setzen, damit sich einfach der Minenwerfer noch auf mehr Ziele konzentrieren muss. So. Dunkles haben wir jetzt auch geholt. Das Gold haben wir. Da lebt immer noch ein Bogenschützer... Äh, ein Bogenschützer. Ein Riese lebt auch noch. Der lebt aber jetzt nicht mehr lange. So. Magier-Turm kriegen wir nicht mehr kaputt. Luftabwehr kriegen wir kaputt. Ist aber total egal. Den König werde ich auch definitiv opfern in diesem Angriff. Mal gucken, wie viel wir da noch rauskriegen. So. Kanone. Kanone, 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 Kanone. Ja. Kanone ist kaputt. Rathos ist kaputt. Oh, das könnten sogar 100 werden. Könnten sogar 100% werden. Na gut, wir hatten natürlich... Ist auch Rathos 8. Den darf man nicht vergessen. Ist Rathos 8. So. Zündung. Hoffentlich ist da keine Bombe oder sonstiges. Aber sieht nicht so aus. So. 91%. Ja. Hat gereicht. Hat gereicht. Auch wenn ich die Klamburg sehr schlecht geblitzt habe. Wirklich sehr schlecht geblitzt. Das war nicht gut. Aber egal. 100%. König ist 3 Viertel noch am Leben. Das ist auch sehr erfreulich. Overkill war es in dem Sinne ja auch nicht. Wir haben kaum was übrig behalten. Drei Sterne, 19 Pokale. Nehme ich natürlich mit. Vielleicht komme ich sogar noch in Crystal 2. Ist ja auch nicht so verkehrt. Dann kriege ich noch ein bisschen mehr Bonus. Ja. Und nochmal. Um es nochmal zusammenzufassen. Positives Denken. Wenn irgendeinen Klankrieg startet oder sonst irgendwas. Positives Denken ist nie verkehrt. Wenn du nämlich von vornherein schon denkst. Ich verliere den. Wir verlieren den Klankrieg sowieso. Ne. So nach dem Motto. Wir haben ja eh keine Chance gegen die Chinesen. Die sind ja so gut. Natürlich. Natürlich kann es sein. Dass man im Klankrieg einen auf den Deckel bekommt. Das ist. Allerdings sollte man ja dann auch immer aus den. Aus den Niederlagen sollte man ja dann auch immer lernen. Ne. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Wenn ich feile im Klankrieg. Und. Ja. Vielleicht hole ich dann nur einen Stern. Oder ich hole vielleicht gar keinen Stern. Weil ich feile. Dann mache ich es halt im nächsten Angriff besser. Das ist auch sowas. Und dann sollte man auch im Clan vielleicht. Mal ein bisschen aufmunternde Worte finden. Und nicht sofort wieder aufeinander losgehen. Und sagen. Du hast aber gefehlt. Du bist so schlecht. Und so weiter und so fort. Bringt hier auch nichts. Von daher Leute. Könnt ihr mal schreiben. Wie läuft es bei euch im Clan ab? Gibt es da eher Dresche wenn mal einer fällt? Oder haltet ihr dann zusammen? Oder. Wie wird das dann generell besprochen. Von der Taktik. Des Gegners. Wie wird man den Gegner besiegen können? Ja. Würde mich interessieren. Also. Danke fürs Zuschauen. Daumen hoch wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Wenn wir dann sehen. Ob meine. Rede hier gefruchtet hat oder nicht. Ob wir den Clan krieg gewinnen oder nicht. Werden wir dann sehen. Werdet ihr morgen sehen. Also machts gut. Ciao! Tschö.